Hallo! Hallo! Wir haben euch selber rein! Wir haben euch selber rein! Das macht mal! Einein, ein bisschen unten! Hut zum, ich selber rein! Ich bin frei! Wir sehen uns! Alle in die andere Bildung zurück. Das ist jetzt das Problem. Das ist eine Körperverletzung, das steht bei Zeitpunkt im Inspektor. Der ist hier dafür haftbar gemacht. Jeder einzelne hat jetzt einen Sittmacht für die Herrschaft. Eure Offiziere beheizen euch. 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 Ich hab alles drauf. Das lade ich auch bei YouTube hoch. Ich bin ja extra angereist. Ich will das alles dokumentieren aus verschiedenen Städten. Kannst du denen dann im Nachhinein mal sagen, die Stadt ertreistet sich? Schäm euch, 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 schäm euch. Das Problem ist, die Stadtführung ertreistet sich zu sagen, wir, das ist unsere Stadt, aber die Bürger haben nicht zu sagen, die haben sie gehorchen. Das ist deren Prinzip. Und das geht gar nicht. Die Stadtbürger sind genauso ein Teil dieser Stadt wie die Stadtverwaltung selber. Aber es ist halt sozusagen auch Machtkampf. Die haben ja auch selber Familie mitgekommen. Genauso wie wir. Deswegen bin ich auch hier. Wo kommt's mehr? Ach so. Die kommt ja, ich Dresden. Damstag bin ja mit Dresden. Hättest du mal Montag dabei sein müssen? Neumarkt. Ja, ich weiß nicht. Waren da viele? Auf jeden Fall. Das kann ich nicht. Und dieses Wochenende kommt ja wieder Stuttgart. Ne? Haben sie ja 500.000 angemeldet. Ja, ja. Ja, ja. Aber man probiert sich. Sie müssen ernst bedenken. Sie können was für sich machen. Ja. Aber bedenken Sie bitte. Es steht über andere Dinge, wenn Sie doch schon damit kommen wollen. Weil die machen das immer nur, um sich als gut hinzustellen. Ich weiß auch, wo die sind. Wir haben ja schon Berkation zusammengekommen. Jetzt ist es ja alles, ja. Wenn ich probier's nicht zu sehen, dann die... Ja, nee. Ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Jetzt ist ja swatch, komm, komm, komm. Ganz halt. Oh, bitte. Jetzt seid ihr da. Ja, jetzt sind die Hamburg-Aus. Die robe-Aus. Vielen Dank. 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 Danke. Hey. 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 Widerstand, Widerstand, Widerstand! Widerstand! Widerstand, Widerstand, Widerstand! Antwort auf die Eintrittslage! Antwort auf die Eintrittslage! Antwort auf die Eintrittslage! Antwort auf die Eintrittslage! Applaus Antwort auf die Eintrittslage! Wegen friedlichen Proben. Hallo! Er hat uns geklutzt. Zum Worte kommen jetzt. Vielen Dank.